Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum, Keitel, Jodl, Krebs und Bogdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer sind Sie? Der Militär hat mich verlogen! Jede hat mich verlogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederdrücklicher Treude oder Feindlinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Ich sage Feindlinge! Verreicht ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist ein Geschmolz des deutschen Falsches! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zucker gebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer gabel hält! Jahrelang hat das Militärmöle Aktionen nur behindert! Es hat mich jeden nur als bestätigt... Widerstand in den Weg gelegt! Es hat der Kump daran getan, von Jahren alle Höroffiziere nicht geteilt zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie! Und doch habe ich allein, allein aus München das Geld, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprachen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, dürfen Sie sich gewaltig! Eher jacke ich mir einen Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen!